Deshalb pack dich Venus noch in der Warteschleife. Willst du dich endlich verlieben? Soll es unbedingt geschehen, das eine, auf das du schon so lange wartest? Deine Seelendiebe könnte und da bist du dir ganz sicher jederzeit vor deiner Tür stehen. Du wärst mehr als nur bereit dazu. Kommt dir diese Haltung bekannt vor? Dann haben wir heute gute und weniger gute Nachrichten für dich. Zuerst die guten. Du wirst nicht enttäuscht werden. Es gibt für jede und jeden von uns da draußen das perfekte Gegenstück. Die weniger gute Nachricht lautet, der Zeitpunkt, um einander zu treffen, muss der richtige sein. Warum das bei dir noch nicht der Fall sein könnte und weshalb du noch warten musst, das verraten wir dir in unserem heutigen Beitrag. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Du bist noch nicht bereit für die Liebe. Der wahrscheinlich häufigste Grund dafür, warum Amor und Venus dich schon eine gefühlte Ewigkeit auf der Ersatzbank geparkt haben, ist dieser. Du weißt es vielleicht nicht, aber wirklich bereit für die Liebe bist du noch nicht. Die höheren Mächte wissen sehr gut Bescheid über uns Menschen. Sie blicken uns direkt ins Herz und in die Seele. Und sie kennen die inneren Kämpfe, die wir täglich austragen. Solange sie kein grünes Licht geben, wirst du dich wohl oder übel gedulden müssen. Nummer 2. Du findest dich selbst nicht liebenswert. Ein weiterer Grund dafür, warum es mit dir und der Liebe einfach nicht klappen will, ist dieser. Du bist dir selbst gegenüber nicht loyal. Vielleicht findest du dich sogar hässlich, fühlst dich liebenswert und der Liebe nicht würdig. Daran musst du arbeiten, bevor es zu zweit in den Sonnenuntergang gehen kann für dich. Niemand wird dich lieben, solange du es nicht tust. Diese Wahrheit muss dir nicht gefallen, aber sie entspricht der Realität. Nummer 3. Dein Beuteschema folgt den falschen Mustern Jeder Mensch hat ganz bestimmte Vorstellungen von seinem idealen Partner. Wir wissen ganz genau, wie sie oder er zu sein hat und wie unser gemeinsames Leben aussehen soll. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, nur muss das, was wir wollen, nicht immer das sein, was uns gut tut. Die höheren Mächte sind hier schon einen entscheidenden Schritt weiter. Sie kennen uns Menschen in- und auswendig. Und sie wissen, welcher Seelenverwandte für wen am geeignetsten ist. Solange du stur an deinem Idealbild festhältst, wird sich nichts bewegen. Nummer 4. Die falschen Menschen wirken magisch. Magisch anziehend auf dich Bad Boys und Ladykiller, die typische Femme Fatal und der Desperado, der dringend Hilfe braucht. All das sind Stereotypen, die erstaunlich viele Menschen heiß und unglaublich attraktiv finden. Manche bevorzugen die Drama Queen, wieder andere den freiheitsliebenden Playboy, der nie lange an Ort und Stelle bleibt. Sie alle sind keine gute Wahl. Sind sie trotzdem immer noch deine erste Wahl, solltest du diese Vorlieben dringend überdenken. Auch andere Warnzeichen wie toxisches Verhalten, Kontrollzwang, Eifersucht und manipulative Psychospielchen sind Red Flags kein grünes Licht für die Liebe. Nummer 5. Du hast dein Vertrauen in die Liebe verloren. Traurigerweise kann auch das passieren. Und wenn dieses Vertrauen erst einmal Geschichte ist, hat die Liebe ihre liebe Not, um wieder einen Fuß in unsere Tür zu bekommen. Schlechte Erfahrungen, toxische Ausrutscher und jede Menge Verletzungen und tiefe Wunden. Man könnte meinen, Krieg und Liebe seien manchmal gar nicht so verschieden. Aber genau diese Sichtweise hindert uns daran, wieder glücklich zu sein. Schließe Frieden mit deinen schlechten Erfahrungen und freu dich auf neue. Nicht jeder Mensch meint es schlecht mit dir, nur weil du es einmal nicht gut getroffen hast. Nummer 6. Eine frühere Liebe spukt dir immer noch im Kopf herum. Das Loslassen einer früheren Beziehung fällt uns manchmal schwer. So schwer, dass wir uns zwar mental und objektiv bereit für eine neue wehnen, aber emotional und tatsächlich ist es eben nicht so. Und solange nur ein kleiner Teil von uns bereit für einen Neuanfang ist, bleibt die Liebe auf Abstand und hält sich sehr zu unserem Bedauern bedeckt. Nummer 7. Du hast zu große Erwartungen. Es ist gut, eine genaue Vorstellung von jenem Menschen zu haben, der mit uns durchs Leben gehen soll. Weniger gut ist es, wenn diese Anspruchshaltung astronomische Züge annimmt. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir dank Online-Dating aus einem scheinbar unermesslichen Angebot auswählen können, wissen wir irgendwann gar nicht mehr, was wir noch so alles auf unsere Wunschliste setzen sollen. Das führt dazu, dass wir rast und ruhelos ständig auf der Suche sind. Aber bereit, wirklich bei einem Menschen anzukommen, sind wir nicht. Und solange wir nicht im Reinen mit uns sind, verscheuchen wir sogar unsere Seelenliebe. Nummer 8. Du kennst dich selbst noch nicht gut genug. Zu wissen, was wir in Sachen Liebe wollen, hilft schon enorm. Aber noch wichtiger wäre es, uns selbst richtig kennen und schätzen zu lernen. Welche Partnerin und welcher Partner wärst Du, wenn morgen schon Deine Seelenliebe vor der Tür stünde? Worauf lässt dieser Mensch sich ein, wenn er sich mit Dir einlässt? Natürlich sind wir überzeugt davon, eine gute Partie und ein vielversprechender Fang für jemanden zu sein. Aber wenn noch Luft nach oben ist, was Dein Beziehungspotenzial betrifft, solltest Du daran arbeiten. Unser heutiges Fazit. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Versprochen. Die Liebe kommt zu jedem Menschen. Sie wohnt bereits in uns und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das kosmische Gegenstück zu unserer Seele treffen. Seelenverwandte sind wie zwei Mageneten. Sie ziehen sich ein Leben lang unausweichlich an. Und das bedeutet, sie können einander auf keinen Fall verpassen. Wenn Du immer noch im Wartezimmer der Singles und einsamen Herzen ausharren musst, bedeutet das nur, dass Du noch nicht bereit bist für die große Liebe. Du musst Dich erst selbst lieben lernen, alte Beziehungen loslassen und falschen Vorstellungen abschwören. Versuche der Liebe Dein Vertrauen zu schenken. Und wenn Du das nicht kannst, vertraue dem Universum. Es meint es gut mit uns und es hält für jede und jeden von uns alles bereit, was unser Glück ins Unendliche potenziert. Wenn Du nur noch ein wenig warten und daran glauben kannst, wird es geschehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!